willkommen zu einer weiteren folge meines minecraft let's plays letzter zeit hatte ich ein bisschen probleme mit dem hochladen hier schon mitgekriegt habt das war ja eine folge die sogar einen kompletten tag zu spät gekommen ist die probleme sind immer noch moment wo ich hätte reingeguckt ich habe hier haben wir denn machen wir mal eine schaufel die probleme existieren immer noch und ich befürchte so ein bisschen dass es gar nicht an youtube liegt was ja nicht besonderes wäre das haben ziemlich viele das problem hin und wieder sondern dass es eher daran liegt dass mein internet provider irgendein problem hat also im moment sieht es zumindest danach aus ich hoffe mal das kriegt sich ganz schnell wieder ein beim hochladen dieser folge werde ich merken ob ich das problem noch weiter habe und wenn es noch weiter ist werde ich wohl mal da anrufen müssen so jetzt gucken wir mal dass wir hier doch so geht hier noch so ein bisschen ach mann ein bisschen den weg ausbauen dass sich das ein bisschen ausgetrampelt aussieht so und so würde ich mal sagen weil das gras hier drin naja wer hat denn gestern meine speed challenge sich angeguckt ich hoffe ihr habt gesehen mir hat das unheimlichen spaß gemacht ich fand die echt toll ein super konzept da was da sich ausgedacht hat auch wenn ich ein bisschen gefällt habe also oder ja ja doch man kann durch ruhig von gefällt reden es hat echt spaß gemacht kann ich jedem nur empfehlen das auch mal auszuprobieren wenn ich weiß wovon ich rede angucken und genau das war auch eins der videos wo ich jetzt wahnsinnige probleme beim hochladen hatte das war ja leider leider gottes auch noch ein längeres video und dementsprechend eine große datei und wenn dann der upload nicht klappt dann ist das wirklich alles andere als angenehm das hat ewig gedauert sage ich euch gucken wir mal ob das passt ich glaube das muss noch mehr da ist portal musik wieder ja die portal folge war für dieses special ausgefallen gestern eben durch die upload probleme sonst wäre die auch noch gekommen aber naja gegen halt leider nicht dass man das so das ist eigentlich gar nicht so schlecht wobei ich auch denke die gras blöcke hier sollte man eigentlich gegen dort blöcke austauschen dass hier drin gar kein gras ist aber es könnte sein dass das dann wieder rein wächst sondern einfach mal ausprobieren ich weiß nicht wie der ob das hier rüber springen kann keine ahnung und da probieren wir einfach mal aus setzen hier mal dort blöcke rein zwischendurch mal ein gras block wäre auch nicht so schlimm aber den zum beispiel hätte man ja lassen können aber das springt garantiert rüber ausprobieren ob das so funktioniert wenn nicht wächst halt wieder zu egal aber schön wäre es wenn es nicht so ist da können wir ja mal gras lassen das mal so lassen probieren wir mal aus oder hier ja geht nicht so finde ich doch sieht einen guten rutsch realistischer aus hier vielleicht noch mal dort da musste ja auch der ist immerhin direkt vor so einem eingang ach es war ja wofür wir die einmal noch in der tasche hatten hier ist noch kein wasser drin du hast aber wasser nicht dass du uns hier verdurst ist ja und hier draußen wollten wir auch noch kalt und setzen ja wohl machen wir das doch einfach mal noch schnell wobei ich grundsätzlich angriff gedacht habe dass wir was anderes anfangen beziehungsweise wir könnten ja mal da bei dem kaktus fahren auch wenn es bisschen langweilige öde arbeit ist aber es muss ja getan werden mal weitermachen damit jeder loch im boden zu ist und hier sich die kiste mal mit karten füllen kann sollte man da ja mal ran die einmal daraus haben wir noch brauchen wir noch aber nicht mit den 12 hier das wird glaube ich nicht reichen ja nur einer ein bisschen wenig ja dann gehen wir noch mal schnell denn da könnte man noch mal die eisen fahren gehen da ist ja heißen genug das muss halt ja nicht weil ich denke drei code und sollten schon sein für auf dem auf der koppel morgen habe ich vergessen zu gehen beziehungsweise wo ich wirklich gehen müssen wir halt noch mal darüber was soll's denn und hier hatten wir ja schon angefangen hat man nur überlegt hier warten wir überlegt mit zucker offen zu machen irgendwie ja doch ein bisschen hatten wir glaube ich diesen teich hier noch ausgehöhlt weil ich nicht mehr muss man auch mal weiter überlegen wie das gehen könnte und du kommst jetzt weg auch wenn wir nicht viel holz haben aber die macke kennt er ja das sieht effektiv besser aus als wie so ein block darunter ja da geht es jetzt noch weil die weins darüber sind mist ich bin jetzt hier wieder an so einer blöden stelle ja hier geht es hoch warum muss ich auch immer hier lang gehen statt ich da hinten den einfachen weg laufe nein amiga muss den komplizierten weg gehen und hab ob man hier überall das gedacker hört ist auch phänomenal man sieht aber keine die sind bestimmt ja auch noch in den diversen gräser eingeschlossen da hier ist wieder so einer das sieht doch nicht aus kätzchen sollte noch mal angeln ist immer einen falschen eingang gegangen aber hier geht es auch okay glück gehabt wir hatten ja hier mehrere eingänge dann müssen wir könnten wir eigentlich auch mal überlegen ob wir das so lassen so wild und heimlich dass da sieht schon wieder ganz böse nach dem krank fehler aus oder ob wir hier mal den ausbau machen noch ist ja beides nicht uninteressant hier sind wie viel haben wir 20 mittlerweile auch so kann man sie auch einzeln draus nehmen das wusste ja noch nicht okay wer es nicht weiß string drücken und klicken nimmt nur ein item raus da also das war jetzt nur aus versehen weil ich schiff klicken wollte und alle nehmen wollte so nehmen wir auch mal mit ab und wir könnten die kohle uns ja auch direkt hier bauen naja war wieder sehr gut ich wollte nicht ein hoch so ein nammer schon 23 da kann man auch mal vier so ab den tinten für ich lass mal hinten für sein der stopp von alleine und landet in der kiste hier könnten wir auch an und für sich mal oh nein 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 nicht jetzt nicht jetzt mal noch weiter kunden ich glaube da unten war man nämlich noch nie aber nicht jetzt weil wenn dann würde ich ganz gerne lieber noch eine tour machen und esel suchen die uns zum beispiel sehr behilflich wären wenn wir kätzchen wenn wir die kisten darauf räumen da hinten ist schon wieder sonnen kommen wir nehmen wir aber diesmal mit regeln wir jetzt anders zack brauchen holz das ist wieder so ein fehler fehler schöne macke von mir so kann man seine rohstoffe wieder verblasen bevor man eh nicht so extrem fehler hat setzen wir aber neuen für und zwar da wir sind noch mehr als es wieder so einer er sieht aber interessant aus kommen kommt trotzdem weg wir brauchen ja holz auch wenn wir aktuell nicht wüssten wofür da ist glaube ich auch ein apfel runtergefallen jawohl ja zack da ein da sind wir zu hause hier wollen wir rüber hier oben könnten wir auch noch was bauen wir denn hier oben hin wir haben unsere treppe hinterm haus hier hoch und auch nur planen was wir hier hin bauen könnten fragen über fragen mal wieder eine hatte mich letztens schon gestört hat loch ja und daher ein paar kühe könnten wir auch mal wieder schlachten noch können wir eigentlich jetzt auch mal machen aber das ist nicht das looting doch das ist das looting schwer doch schön ich komme mal rein zu euch lasst mich mal rein weil wir brauchen ja auch noch leder um endlich mal mit küscherregalen ein bisschen was für dekor sorgen zu können sind immer noch genug kühe mehr aber jetzt nicht sonst dauert das nachzüchten wieder so extrem lange aber 40 leder mit so ein paar kühen das ist doch perfekt und weizen wachs mal was schneller das wäre echt ewig hallöchen ich habe hier aufgelassen aber durch eins kommt ihr ja nicht durch ne ha 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 4 fangen wir direkt in der ecke an oder machen wir das hier ich würde sie ja am liebsten die mal grad beiseite ich würde sie am liebsten nur so dahin stellen das problem ist aber dass die pferde dann darauf springen weil mir gerade einfällt wenn sie hierhin springen was hier auch da seht ihr das problem und die könnten generell wenn sie da drauf gehen hier drüber fehler gefunden fehler gefunden das sollten wir ja seht ihr die hoppen dann immer da drauf deswegen lassen wir das lieber sein und versenken die dinge nur zwei machen oder sommer drei bis an zorn machen ich hatte ja sogar vier gedacht aber oder kommen sie machen wir machen wirklich vier oder so machen wir mal kurz eine unendliche quelle hier zack zack und wir haben hunger